Mein grösster Moment war das Spiel gegen Estland zuhause, in 1993. Das war natürlich das letzte Spiel der Quali. Das hat bedeutet, dass wir uns für die WM 4 nicht qualifiziert haben. Es war ein Studium für uns einmalig. Die Schweiz hat seit 1966 nie mehr qualifiziert. Es war ein sehr emotionaler Moment. Es war wunderschön, hart und voll. Alle Leute hatten eine riesige Freude, dass die Schweiz wieder dabei ist. Roy Hodgson war Trainer. Wir haben die ganze Quali mit ihm sehr gut gearbeitet. Wir waren immer gut aufgestellt. Es ist klar, jeder hat die Brände dafür. Wir hatten das Schwierigste gemacht. Es hat noch ein wenig das letzte Stück gefehlt. Seit dem ersten Tag des Matches, in dem wir uns getroffen haben, hat man nur noch an dem Moment gedacht, dass es endlich losgeht. Dass man die Qualifikation klar machen kann. Wir mussten mit zwei Goalunterschied gewinnen. Dann war es klar, wir sind qualifiziert. Wir haben schnell nach 20 Minuten das 1 und dann das 2-0. Wichtig war natürlich, dass wir das 3-0 gemacht haben. Dann wussten wir, dass es reicht und es war eine super Stimmung. Nach dem Match mit den Fans war es ein super Moment. Wir hatten auch eine Mannschaft. Wir hatten ein schönes Essen in Zürich. Es war ein super Moment für uns. Das Gute habe ich noch an Christoph Orell und Knopp geschossen. Ich habe auch einen geschossen. Fied weiss ich noch nicht.